Hallo und herzlich Willkommen zu Above Snakes. Dieses Spiel rotiert um 16 Uhr auf meinem Kanal mit anderen Games. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Ich schau mal, ob wir hier vielleicht jetzt so eine kleine Werkstatt da hinbauen können. Mal gucken, wie viel von den Fundamenten wir hinbekommen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir müssen die dann nur hier einmal, ich packe die mal auf die neuen. So, dass wir die erst einmal drehen und dann hier auch in der Höhe etwas anpassen. So, dann brauchen wir hier auch eine Stufe oder beziehungsweise. Ich mache mal noch mal, ich mache mal hier noch mal drei von den Fundamenten. Gut, dann brauchen wir, dann brauchen wir mal ein paar Bäume. Ich durchsuche die aber erstmal wieder nach Ästen und Federn. So, haben wir den ersten Baum, dann schnappen wir uns hier diesen Baum auch. Ja, die Werkbank, die möchte ich dann nämlich in diese Werkstatt praktisch reinstellen, dass wir da dann so einen Arbeitsplatz haben. Und das andere Häuschen ist dann unser Wohnhäuschen. So, dann hier noch mal zwei von den Fundamenten. Und die möchte ich dann hier vorne noch haben. So als, ah nein, das war jetzt falsch. Ach, ähm, den hier müssen wir einmal entfernen. So als Terrasse praktisch. Also, dann müssen wir hier das Fundament noch mal bauen. So, also hier eine Terrasse. Keine Sorge, das Video geht gleich weiter. Alles, was ich hier für dich mache, ist damit du vom Alltag etwas abschalten kannst. Wenn dir das gefällt, dann belohne mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und betätige für dich die Glocke, damit du nichts verpasst. Und um hier das komplette Let's Play zu sehen, bekommst du jetzt eine Info oben in der Ecke. Dann brauchen wir hier hin. Dann brauchen wir eine Tür. Zwei Fenster. So, dann fehlt uns auch schon wieder das Holz. So, die Tür kommt dann hier hin. Die Fenster. Die kommen dann hier hin. Okay, dann brauchen wir noch mal Holz. Ich muss hier diese beiden Bäume noch mal schnell abholzen. So, wir haben jetzt zwei Weltstücke, die wir auch platzieren können. Da müssen wir gleich noch mal gucken am Kartografie-Tisch, ob wir vielleicht auch ein neues Teil freischalten können. Aber erst mal schnell hier die Bäume gefällt. Und hier, das hier nehme ich auch gleich noch mit, dass wir dann auch noch mal ein paar Fasern bekommen. So. Und hier. Die Fasern, die Holzstücke. Wie sie immer gebückt läuft, wenn wir die Waffe so ausgerüstet haben. So. Dann brauchen wir Wände. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mehr geht schon nicht. So. Und dann kommt hier die Wand hin. So, das hier können wir jetzt aber schon mal da hinten hinstellen. So. Dann bauen wir uns diesen... Ach, da fehlt uns jetzt ein Holzstück dafür. Wir haben nicht das komplette Holz zurückbekommen. Dann schlagen wir hier diesen Baum noch mal ab. Ich verzichte jetzt aber mal drauf, nach Ästen zu suchen. Ich will jetzt nur schnell das Holz haben. Damit wir uns dann auch gleich noch um diese Karte kümmern können. So. Dann bauen wir uns jetzt die Werkbank. Und stellen die hier hin. So. Gut. Dann machen wir dann gleich weiter. Einmal zum Kartografie-Tisch hin geplitzt. So. Hier haben wir Lager der Überlebenden. Da brauchen wir Steine und Holz. Und hier haben wir Ebene und Wald. Die dann noch ein bisschen... Das hier ist so eckig. Und das andere geht dann gerade einmal in der Mitte durch. Und hier haben wir Ebene mit See. Da brauchen wir auch Steine. Hier brauchen wir auch Steine. Okay. Wir sollten uns jetzt noch mal ein paar Steine holen gehen. Da brauchen wir jetzt eine ganze Menge von. So. Erstmal hier die Steine eingesammelt. Und es wird auch schon wieder Abend. Hier ein paar Steine eingesammelt. Vielleicht... Na? Wird's was hier mit dem Stein? Ja. Vielleicht gehen wir noch mal schnell... Oh, nee. Das war wieder der falsche. Ich wollte die Karte drehen. Ich wollte hier noch mal schnell zum Wald flitzen. Ob wir hier vielleicht noch mal ein paar Pilze haben. Weil ich will mal gucken, dass wir Pilze kochen können. Da sind welche. Wenn wir dann in den Kochtopf dreimal Pilze... Oh, da ist ein Hase. Hier haben wir auch noch mal. Das holen wir uns auch noch. Nee, nee. Die Kiefer durchsuchen wollte ich nicht. Ich wollte die Steinpilze. So. Und dann hier... Ah, nee. Falsche Taste. Hier einmal den Honig holen. So. Also die Bienen, die verletzen uns auf jeden Fall. So, jetzt haben wir drei Kartenstücke. Da müssen wir jetzt aber auch zusehen, dass wir die Kartenstücke verbrauchen. Weil wir haben jetzt hier Max schon aufgefüllt. Komm, wir rennen mal schnell nach Hause. Es wird jetzt sowieso gleich Nacht. Dann gehen wir jetzt erstmal schnell hier zur Feuerstelle. Einmal kochen. Wenn wir jetzt hier die Pilze... Nee, so wird das nix. Es wird trotzdem nur eine einfache Mahlzeit. Mit Honig. Okay, also für die Pilze brauchen wir dann noch andere Rezepte. Na gut. Dann lass uns hier noch mal schnell zum Kartografie-Tisch. So, jetzt können wir Ebene mit Wald. Und Ebene mit See freischalten. Die haben wir. Dann haben wir hier Ebene mit Wald. Und hier haben wir noch Lager der Überlebende. Da fehlen uns dann aber Steine. So. Wir haben jetzt hier Ebene mit See. Wo bauen wir das denn mal hin? Ich würde sagen, einen See könnten wir uns vielleicht hier hin bauen. Oh, wir können ein neues Weltstück entdecken. So, dann haben wir hier noch die Ebene hier mit dem Wald. Das könnte man hier vielleicht dann hin machen. Dass wir hier dann auch noch so ein kleines Waldstück dann so anlegen. So. Okay, ein Weltstück haben wir noch übrig. Wir haben jetzt aber auch schon wieder Tag. Okay, schlafen müssen wir eigentlich auch nicht. Aber wir sollten was essen. Und wir brauchen unbedingt trinken. Ich trinke jetzt erstmal oder ich esse jetzt erstmal alles, was wir hier haben. So. Wir müssen mit unserem Haus hier auch noch weitermachen. Wir gucken uns jetzt aber erstmal diese Ebene mit dem Wasser an. Die wir hinten hingesetzt haben. Und dann gleich da. Können wir denn... Was können wir hier machen? Hier. Hier ist nichts. Wasserschöpfen. Angeln. Aber Angeln wird dann wahrscheinlich nur mit einer Angelroute gehen. Wir haben verschmutztes Wasser. Okay. Ist das... Ja, ich mache mal, bis wir zehn Stück haben. Ach, okay. Das erschöpft sich dann auch. Dann sammeln wir mal noch ein paar Blaubeeren. Da haben wir auch gar keine mehr. Um uns Blaubeeren-Schalen zu machen. Generieren hier dann auch wieder neue Weltstücke. So. Stille deinen Durst. Okay, aber das verschmutzte Wasser möchte ich jetzt nicht unbedingt trinken. Hier, bei der Aufgabe. Ich denke mal, da werden wir das Wasser auch aufkochen können. Oder abkochen. So, das hier nehmen wir auch noch mit. Und hier holen wir... Ach, hier können wir gar kein Wasser mehr. Okay. Gut. Also Wasser haben wir hier genug rausgeholt. So, jetzt haben wir wieder zwei Weltstücke. Ich nehme hier noch die Blaubeeren mit. Brauchen wir. So. Hier sind auch noch welche. Okay. So, hier sind keine Blaubeeren mehr im Moment. Gut. Dann gehen wir mal das Wasser abkochen. So. Neues Rezept. Dann machen wir das restliche Wasser auch mal. Alles einmal abgekocht. So, noch zwei. Ja, einen können wir noch. Okay. Okay. So, jetzt haben wir... Wasser. Die Flüssigkeit, die dich am Leben hält. Einmal trinken. Damit haben wir die Aufgabe gelöst. So, wir hatten jetzt am Kartografie-Tisch aber noch hier, da brauchen wir Steine für das Lager der Überlebenden. Und hier haben wir auch schon wieder Waldebene mit einer anderen Waldebenen, ja, Fläche. Und hier haben wir einen kompletten See. Da brauchen wir aber Pflanzenfasern. Ich würde jetzt aber erst nochmal Steine holen, damit wir hier, finde das Lager der Überlebenden, die Aufgabe machen können. So, da hinten haben wir auch noch unsere Werkstatt, die wollten wir auch noch weiter ausbauen. So. Dann nehme ich mal hier noch Fasern und Bäume mit. Und haben wir eigentlich... Moment. Ähm, wenn wir jetzt hier hingehen... Dann hätten wir hier wieder Platz für eine Ebene, wenn wir das so machen würden. Moment. Ich nehme mal hier einen anderen. Ähm, um den Wald zu schließen, können wir das hier nehmen. Also, wir können hier nochmal den Wald zumachen. So, einmal hebe ich mir auf. Und, ähm, wir brauchten hier jetzt noch drei Wände. Wir haben eins, zwei, drei. Und dann brauchen wir hier auch wieder Dächer. Hier von zwei Stück. Da fehlt uns wieder das Holz. Holen wir mal schnell die Bäume da hinten. Kiefern schlagen. Hier nehmen wir auch wieder die Fasern mit. Mal hier, das müssen wir noch einsammeln. Bei der Äxte, bei den Äxten sind wir bereits auf Stufe 18. Ähm, wo sind denn jetzt die Baumstämme hingeflogen? Von dem Baum? Hier hinten. Okay. Moment. So, dann brauchten wir hiervon noch einen. Und hiervon vier. Eins, zwei, drei. Und dann fehlt uns wieder ein Holz. Gut, dann müssen wir nochmal einen Baum irgendwo finden. Hier ist einer. Nicht allzu weit weggehen. Oh, wir müssen näher ran. So, weil es wird schon wieder Abend hier. Dann können wir aber unsere Hütte hier, unsere Werkstatt schon mal fertigstellen. Oh, wir haben hier auch Bienenwachs. Bienenwachs ist ein guter Klebstoff, der zum Basteln und Bauen verwendet wird. Die anderen Sachen kennen wir alle. So, das hier kommt einmal auf die sieben. So. Das bauen wir so hin. Hier einmal, äh, warte mal, ich muss mal raus aus dem Haus. Hier einmal gedreht. Und dann brauchen wir diese. Drehen wir so lang. Dann haben wir unsere Werkstatt. Okay. Da liegt noch ein Ast, den können wir uns gleich noch holen. So, was haben wir dann hier noch? Wir könnten auch hier eine dekorative Pflanze uns noch bauen. Dann können wir das bei uns in der, in der Hütte noch ein bisschen gemütlicher machen. Wir gehen jetzt aber hier erstmal diesen Ast noch holen. Oh, und das wird dunkel. Gut, dann machen wir hier mal ganz schnell wieder Feuer an. Und was können wir denn mit dem Wasser kochen? Ich gucke mal eben, ungenießbar. Ah, okay, hier bekommen wir ein neues Rezept mit den Pilzen und dem Wasser. Pilzsuppe haben wir bekommen. Gut, dann können wir das ja nochmal machen. Weil zwei, zwei Pilze haben wir ja noch. Können wir auch mit Wasser und mit Honig was machen? Nö. Und wenn wir das, da wird auch nur eine normale Mahlzeit, also nichts Besonderes. Okay. Wir können aber hier noch ein bisschen kochen. So, und diesmal müssen wir auch mal gucken, dass wir mal schlafen gehen. Dass nicht gleich wieder Tag wird. So, ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen. Wir essen mal was. So, Pilzsuppe. Eine Mahlzeit für einen König. Es riecht unglaublich gut. Durst, 20 Hunger, 20 geistige Gehörer. Oh, die ist sogar gut für geistige Gesundheit. Brauchen wir aber gerade nicht. Ich esse mal hier unsere Blaubeeren. Trink, äh, ja. Trinken werden wir, wenn wir aufwachen. Weil jetzt werde ich uns mal schnell ins Bett legen. Ah, ist das schon zu spät. Ah, aber wir sind auch nicht erschöpft. Okay. Gut. Dann waren wir dabei. Ich habe hier für unser, für unser Häuschen eine kleine Pflanze. Hm, Moment. Moment. Mal ein bisschen ranzoomen. So, dann stellen wir uns mal hier so eine kleine Pflanze hin. Dass wir das in unserem Häuschen ein bisschen gemütlicher haben. Und jetzt brauchen wir nochmal Holz, damit wir das Lager für die Überlebenden herstellen können. Ähm, so. Wir holen hier mal die Kiefer. Ähm. Ich mache uns mal die Blaubeerschale auch hier unten noch mit hin. So, wie viel Holz braucht denn wir? Ich glaube, einen Baum muss ich noch. Ähm. Ah, ich drücke immer auf die falsche Taste, wenn ich die Karte drehen will. Oh, wir haben wieder zwei Weltstücke. So, na komm. Den Baum hier können wir auch noch schnell mitnehmen. Und den anderen da hinten, hinter der Hütte auch. Dass wir noch ein bisschen Holz haben. Und da müssen wir noch die Bergbank, äh, verbessern. Hier alles. Oh, der Baum hat hier gerade einen Stein noch kaputt gemacht. So. Hier, den nehmen wir auch noch schnell mit. Und hier vorne dann, ähm. Hier auch noch die Fasern eingesammelt. Hopp, hopp. Ja, komm. Sammle das ein. So. Dann können wir jetzt Lager der Überlebenden freischalten. Hier hätten wir dann noch den See. da brauchen wir noch mal Pflanzenfasern. Ähm. Steht hier gerade irgendwo. Da. Die hier können wir nehmen. So, dann haben wir die auch. Dann schalten wir den See frei. Den See frei. Und Wald, diese Waldebene dann noch mal. So, zwei, äh, zwei Stück, zwei Kartenteile können wir wieder platzieren. Dann nehmen wir jetzt das Lager der Überlebenden. Das packe ich dann mal hier hin. Das gucken wir uns dann auch gleich an. Und hier packen wir noch den See ran. Gut. Dann flitzen wir jetzt aber mal zu diesem Lager. Vielleicht könnten wir auch noch mal etwas essen. So. schauen wir uns das hier mal an. Also hier sind auch Leute. Was wird mir jetzt hier die ganze Zeit angezeigt? Der Erforschungsfortschritt erhöht sich. Ja, das wissen wir doch. Aber warum geht das jetzt nicht weg? So, jetzt ist es weg. So, schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es eine Kiste. Alter Kerzenhalter. Hat seine besten Zeiten hinter sich. Kann bestimmt bei Händlern verkauft werden. Nehmen wir mal mit. Oh, wir können hier einfach die Kisten. Wir haben einen Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel, der Truhen öffnet. Und hier haben wir wieder ein Buch. Hier ein Schädel und ein Buch. Und hier haben wir Geld. So, was haben wir hier noch? Hier stehen noch mehr Kisten. Kerzenhalter, Münzen, noch eine Münze und wieder ein Schlüssel und ein Schädel. Eine Taschenuhr, eine Öllampe, eine alte Öllampe. Bei Händlern kriegst du dafür bestimmt ein paar Münzen. So. Hier ist... Ah, das können wir jetzt wahrscheinlich mit einem dieser Schlüssel öffnen. Wir haben einen Feuerstein bekommen. Hier waren wir schon, ne? Ja. Ist hier noch etwas. Hier können wir das noch aufheben. Bohnen in der Dose haben wir jetzt noch bekommen. Schmeckt nicht nach viel, aber es füllt den Magen. Nach dem Verzehr einer ganzen Dose fühlt man sich normalerweise müde. Ah, das macht Erschöpfung. Okay. So, er hier hat eine Aufgabe wahrscheinlich für uns. Das ist der Greg Brown. Und du bist Sam Brown. Na gut, dann reden wir mal mit Sam. Hm. Guten Tag, Fremde. Wie hast du uns hier draußen im Nirvana gefunden? Ich und mein Bruder Greg sind schon seit Tagen hier draußen und kommen nicht nach Hause. Wir fragen ihn mal, was passiert ist. Was ist mit euch passiert? Wir haben in der Nacht die Flammen in Corpse Creek ge... ähm... Wir haben vor der Nacht der Flammen in Corpse Creek gelebt. Bei unserer Flucht haben wir den Großteil unserer Vorräte verloren. Ähm... Frag ihn nach Corpse Creek. Erzähl mir mehr über Corpse Creek. Corpse Creek ist eine große Stadt und war einst das Herz unseres Landes. Vor dieser Nacht haben wir dort viele Menschen gelebt. Seit diese schrecklichen Dinge passiert sind, ist Corpse Creek fast verlassen. Wir haben dort gelebt, bevor sich alles verändert hat. Gut, dann fragen wir ihn mal, wo er seine Vorräte verloren hat. Wie habt ihr eure Vorräte verloren? Wir haben die meisten unserer Sachen in der nahegelegenen Prärie verloren, als unser Wagen bei einem Angriff von... äh... nun... sagen wir mal, von einer von uns umgestürzt wurde. Ähm... Frage ihn, wer sie angegriffen hat. Von wem wurdet ihr denn angegriffen? Nun... lass uns im Moment lieber nicht darüber reden. Es war nicht einfach für uns. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Dieses Lagerfeuer und eine Handvoll Vorräte sind alles, was zwischen uns und dem Grab steht. Vielleicht ist das zu viel verlangt, aber wir haben Angst davor, dorthin zurückzugehen. Meinst du, du kannst unsere Vorräte zurückholen? Ja, klar, können wir machen. Na gut, ich helfe euch, eure Vorräte zurückzuholen. Oh, vielen Dank. Wir werden hier auf deine Rückkehr warten. Gut, dann haben wir jetzt einmal mit ihnen gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag, die verlorenen Vorräte. Es sollte Sam und Greg Brown helfen, ihre verlorenen Vorräte aus der Prärie zu holen. findet die verlorenen Vorräte. Gut, dann reden wir mal mit Greg. Guten Tag, mein Name ist Greg Brown. Zusammen mit meinem Bruder Sam habe ich den Handelsposten und Korps Creek betrieben, bevor wir die Stadt verlassen mussten. Okay, gut, dann schauen wir mal, wir können jetzt wieder eine neue Karte freischalten. Wir haben jetzt hier Ebene und Prärie, dann brauchen wir wieder ein paar Steine. Sammeln wir direkt hier vor unserer Haustür ein. Spitzhacke haben wir jetzt mittlerweile auch schon auf 10. So reicht das. Waren das jetzt genug Steine? Ja, können wir hier aufdecken. So, platzieren können wir die aber noch nicht, weil wir noch hier so ein Kartenfeld noch nicht freigeschaltet haben. Also brauchen wir erst wieder eins. Mein Gott, dass ich immer wieder die falschen Tasten treffe. So, wollte ich dann hier jetzt noch irgendwas machen? Moment. Wir sollten ja noch die Werkbank verbessern. Entschuldigung. Wir brauchen dann noch mal Pflanzenfasern. Die holen wir mal eben noch schnell. Hier, da sehe ich einen Busch. Da haben wir ein paar Pflanzenfasern. Jetzt haben wir auch ein Feld hier unten wieder freigeschaltet für unsere Karte. So, gibt es hier noch irgendwo? Oh, da läuft ein Hase. Ich brauche noch einen Busch. Wo gibt es noch Gebüsch? Hier. Hier. Hier haben wir welchen. So, schnappen wir uns das. Das. Nehmen wir auch hier die Blaubeeren dann nochmal schnell mit. so. Okay. Flitzen einmal schnell und dann werden wir noch schnell unsere Werkbank aufwerten. Werkbank Stufe 2 bekommen wir dann. Gut, dann ist unsere nächste Aufgabe, dass wir die Vorräte finden müssen. Was können wir denn jetzt bei Stufe 2 alles herstellen? Ein Holztisch, ein dekorativer Tisch aus Holz, stabil und zuverlässig, genau richtig, muss auf Fundament platziert werden. Ein Holzstuhl, ein dekorativer Stuhl aus Holz, nichts außer ausgefallenes, aber er wird nicht unter dir zusammenbrechen, muss auf Fundament platziert werden. Dann haben wir eine Gerberei, eine Gerberei für die Lederherstellung, Tierhäute und Fälle können zu Leder und Lederprodukten verarbeitet werden. Wir haben ein Torbogen, ein Torbogen aus Holz, Bognereitisch, eine Werkbank zur Herstellung von Pfeilen und Bögen, Pelzteppich sieht gut aus und hält die Splitter von deinen Füßen fern, muss auf Fundament platziert werden, eine Kommode, eine dekorative Kommode muss auf Fundament platziert werden, eine große Kommode, ist ebenfalls dieselbe Beschreibung, ein Schaukelstuhl, schaukelt so ruhig hin und her, dass du dabei einschlafen könntest, muss auf Fundament platziert werden, und eine Werkbank Stufe 2, äh, Quatsch, jetzt habe ich das hier gelesen, eine Aufbewahrungstruhe, eine Truhe zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, da brauchen wir Metallschrott für, wir machen uns mal noch diesen Schaukelstuhl, so, gehen wir mal schnell zum Feuer, so, machen uns nochmal diesen Bärenteller schnell, ach, es ist auch schon wieder tagsüber, ich komme irgendwie nie zum Schlafen kann das sein, so, kochen, so, der nächste Bären, die nächste Bärenschale, zwei können wir noch machen, gut, dann können wir nochmal schnell eine Bärenschale essen, wir brauchen auch noch was zu trinken, ja, vielleicht sollten wir dann auch nochmal zum Wasser hin, was mich halt so ein bisschen wundert, wir gehen ja relativ wenig schlafen, ne, aber trotzdem ist sie immer irgendwie ausgeruht, wahrscheinlich durch die Feuerstelle, ja, sie ruht sich hier wahrscheinlich auch, weil wir an der Feuerstelle stehen, ja, genau, sieht man hier unten auch, die Erschöpfung, damit umgehen wir die Nacht den Schlaf so ein bisschen, na gut, was wir jetzt machen sollten ist, nochmal gucken, dass wir noch ein bisschen Wasser bekommen, ja, essen und trinken, also essen haben wir auf alle Fälle erstmal genug, gut, dann ist unsere nächste Aktion nochmal zum See zu gehen, das war heute die Folge mit Above Snakes, ich hoffe, du hattest Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann so Untertitelung des ZDF, 2020